So, hinter Gittern dürftest du kaum eine Möglichkeit haben, uns den Milchtag zu ruinieren. Genau das wollte ich ja, dass du das denkst, Sharon. Bin gleich wieder zurück. Jetzt werde ich die Milch wirklich stillen. Ich hole mir all diese Milch. Habe einen Plan ausgeheckt. Ich liebe eisgekühlte Milch. Nichts anderes schmeckt so perfekt. Gibt es Milch, kenne ich keine Gnade. Wenn sie nicht zu stillen, wäre schade. Ich werde es probieren, habe nichts zu verlieren. Niemand fährt mir in die Parade. Ich hole mir all diese Milch. Habe einen Plan ausgeheckt. Ich liebe eisgekühlte Milch. Nichts anderes schmeckt so perfekt. Durch nichts will ich mich, ja, geschreckt. Stehl sie, weil sie mir schmeckt. Wer sagt's denn? Na bitte. Na bitte. Na bitte. Untertitelung des ZDF, 2020